Kennst du das auch, dass dein Unternehmen sich nicht so schnell entwickelt, wie du es gern hättest oder dass du deine Ziele nicht erreichst, obwohl du arbeitest wie verrückt, obwohl du viel mehr arbeitest wie deine Mitarbeiter und du dich richtig reinhängst und trotzdem kommst du nicht weiter? Eine Frage, die du dir dann stellen solltest ist, arbeitest du möglicherweise an den falschen Dingen? Denn wenn du das Ganze hier arbeitest, immer fleißig bist, immer viel mehr gibst wie alle anderen und nicht weiterkommst, dann arbeitest du möglicherweise einfach an den falschen Dingen und solltest dir mal untersuchen, was denn die richtigen Dinge wären. Wenn du dir unsicher bist, was denn das für Dinge sein könnten, melde dich bei uns, wir sprechen gern mit dir drüber, denn ich kenne das ganz genau, jahrelang habe ich auch komplett den falschen Dingen gearbeitet. Ich wünsche dir viel Erfolg!